Ganesha-Asana in einem weiteren Sinne ist eine Lockerungsübung, die du im Stehen machen kannst. Im engeren Sinne ist es eine Asana im Sinne von einer Haltung, einer Stellung, einer Pose. Arjuna zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Stehhaltung mit Füßen auseinander, etwa hüftbreit auseinander. Du lässt die Arme locker hängen und dann drehst du den Brumpf von rechts und nach links und dabei lässt du die Arme locker schlenkern. Das ist auch eine Übung, der du überprüfen kannst, ob deine Arme entspannt sind, denn beim Richtungswechsel werden die Arme irgendwo den Körper berühren. Die Arme schlenkern jetzt eben wie der Rüssel eines Elefanten. Ganesha ist ja in der indischen Mythologie der Elefantengott und Elefanten lassen gerne die Rüssel nach rechts und nach links schlenkern und das ist eben eine schöne Entspannungsübung zwischendurch. Ganesha-Sana ist aber auch ein Asana im Sinne von, dass die Arme zum Beispiel nach rechts gedreht sind. Du kannst dich jetzt nach rechts drehen und jetzt lässt du die Arme so locker hinunter hängen nach unten und jetzt ist er wie ein zweirüsseliger Elefant. Es gibt übrigens auch Darstellungen von Ganesha mit mehr als einem Rüssel, sondern mit vielen Rüsseln. Du kannst auch die Seite wechseln und diese Variation von Ganesha-Sana, ruhiger halten, stärkt den Rückenmuskeln. Manche Rückenmuskeln sind hier angespannt, andere werden gedehnt und das sind dann auch gute Übungen, um sowohl manche Muskeln zu entspannen, eben die, die gedehnt werden und andere zu stärken und nach dem Anspannen können die ja auch gut entspannen. Also es ist gut zwischendurch entweder dynamisches Ganesha-Sana zu üben oder auch mal einfach so drehen mit der Kraft der Muskeln. Dein Rücken wird es dir danken. Dein Rücken wird es dir danken. Dein Rücken wird es dir danken.